Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Teishu's Stealth Assassins. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, also beim letzten Mal haben wir ja Prinzessin Kiko quasi gerettet, indem wir ihr das Heilkraut beschaffen haben. Und genau, jetzt ist die aktuelle Mission ist so, Onikage, das ist quasi der Bösewicht hier, der hat unsere Situation ausgenutzt und hat in unserer Abwesenheit das Schloss Goda angegriffen beziehungsweise ein Schloss. Es ist, glaube ich, nicht das Schloss. Genau, und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das letzte Level ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, glaube ich, weil jetzt geht es richtig ab, glaube ich, mit der Story. Und deswegen nehme ich hier auch mal ein bisschen härtere Items mit, wie ihr seht. Einmal hier wiederbeleber und so. Und ja, genau, dann würde ich sagen, ohne Ninja-Items, aber ist jetzt erstmal egal, fangen wir auch einfach mal an hier, mit dem letzten Level, glaube ich zumindest. Erobere das Schloss zurück. Okay. Wir sollen einfach nur aufpassen. Alles klar, dann würde ich sagen, ja, ah, okay, legen wir direkt hier los. So, schauen wir uns mal um. Ich würde sagen, wir gehen rein. Boah, da ist direkt einer. Dreh dich nicht rum, dreh dich nicht rum. Oh, hier ist Wasser. Fuck, wer sieht mich denn schon? Hä? Ich wusste nicht, dass hier Wasser ist, Mann. Da oben der... Oh, das war doch schon wieder ein richtiger Scheißstart. Äh, naja. Shit, shit. Ich hätte nicht erwartet, dass hier Wasser ist. Ich hätte vielleicht ein bisschen gucken sollen erstmal. So, alles klar. Der rennt jetzt hier rum. Aber ich glaube, wenn der hier runterspringt, ertrinkt der. Das ist, das ist die Krux dahinter, ne? Oh, wie sieht der denn aus? Krass. Okay, da ist noch einer. Wie soll ich das machen? So, der geht dahin. Ich hangel mich mal zu dem anderen. Auf dir gefallen, dass er mich hier sieht? Na, auf den anderen, da muss ich aufpassen, hm? Oh, was ist das denn für ein Kack? So, ja. Wie gesagt, ich bin hier bei Deng Shu. Und wirklich ein sehr schönes Spiel. Auch wenn ich hier oft fehle. Aber das ist ja mittlerweile Teil meiner Persönlichkeit geworden, ne? Das Fail. So, geh hoch. Und natürlich trinkt er sich wieder. Er hat sich einfach umgedreht. Nein, der trinkt. Den hab ich mal gekillt, okay. Das war zwar nicht so gewollt. Aber, und das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber, naja. Egal. Er ist tot, auf jeden Fall. So. Da ist dieser Typ wieder hier mit seinem, seiner, keine Ahnung was. Zombie-Fresse. Okay. Das sieht so scheiße aus, mein Freund. Ah ja. Ach, komm schon. Ja, wie gesagt. Soll ich hochgehen und probieren, den zu killen? Boah, ey. Das ist so spannend gerade. Guck dem in die Fresse, ey. Ne, der bleibt jetzt so stehen. Was soll ich machen? Ich probiere es, komm. Dreh dich schneller und... Zack! Ah! Oder so. Oder so. Es geht auch. Es geht auch. Ups, jetzt bin ich wieder hier reingefallen. Aber ist ja nicht schlimm. Es geht auch so, ja. Jetzt hab ich... Jetzt wurde ich schon dreimal entdeckt. Aber ich glaube, das macht hier nicht so viel, ne? Weil das doch ein sehr schweres Level, glaube ich, ist, ne? Geh mal da hoch. Ah, geht nicht. Okay. Dann. Spannende Musik auf jeden Fall. Spannend. Da hoch kannst du aber. Genau. So. Der ist nämlich in die Richtung da. Geh hoch. Und schau dich um. Ne, da ist nix. Okay. Der ist hier hinter. Der ist hier hinter. Da! Ich seh dich, mein Freund. Ich wollte erst mal seine Bewegung beobachten. Alles klar. Der dreht sich wieder rum, wenn ich kurz davor bin. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt es nicht. Ey. Ey. Ja. Äh. Äh. Das gibt's doch nicht. Ey. Ich werd... Ich werd mit dieser Spielmechanik irgendwie keine Freunde. Die drehen sich immer um. Kurz bevor ich hier... Äh. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel, glaube ich. Hä, hä. Da war der zweite Teil aber echt ein bisschen einfacher. Na ja. Egal. Wo bin ich? Oh. Geh weg. Die gehen wieder auf ihre Route oder was? Ne. Hä? Können die gar nicht. Wie laufen die jetzt? Das ist jetzt die Frage, hä? Ah, guck... Hä? 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 Das kann jetzt nicht sein, dass sie mich entdeckt hat. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich häng doch hier. Die sehen mich nicht, wenn ich hänge. Alter Schwede. Wie soll ich das machen? Boah. Die geht hoch. Okay. Ne. Die geht nicht hoch. Oh, das ist... Das ist blöd. Das ist gerade richtig blöd wieder. Also, von der Schwierigkeit her... Äh... Schätze ich mal, dass das das letzte Level ist. Geh hoch und... Ne. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Ich hab keine Ahnung, wie man das machen soll. Ey. Zwei Gegnern. Ich hab keine Ahnung, wie... Wie man das machen soll hier. Ne, das geht... Ah. Mensch. Wetten, der rennt jetzt gleich hier hin. Wenn ich mich hier hinknie, kommt der hier hin, wa? Weil jetzt häng ich schon zwei. Die Gegner, die waren nämlich blöd. Das ist nämlich das. Oh, das ist doch... Äh... So, jetzt. Komm. Ich hab meine... Ich hab echt meine Probleme gerade mit dem Spiel. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal... Hab mal ein bisschen... Konzentrieren. So, die hat sich beruhigt. Und der... Ja, was soll ich jetzt machen? Was soll... Wie soll ich das machen? Wenn sich einer immer umdreht. Die ist weg. Die ist einfach mal so weg. Okay, das nehm ich natürlich gern, ne? Es sei denn, der dreht sich jetzt wieder rum, kurz bevor ich da bin. Ja, natürlich. Ja, natürlich ist es so. So, und jetzt kommt da gleich die Frau, ne? So, ja. Jetzt ist auf einmal da wieder die Frau. Okay. Ah, geh zurück. Geh zurück. Was zur Hölle? Wo ist die? Wo ist die? Hey. Es tut mir leid, wenn ich so hemmig lache, aber... Ah, die war so blöd und ist reingesprungen. Ja. So will ich das doch haben. So ist das. So ist das doch gut. Da ist noch einer. Ernsthaft. Aber wo? Wo frage ich mich gerade? Nicht hier, ne. Puh, irgendjemand hat mich eben wieder so jetzt vorsichtig hier rein. Also, Schwierigkeit definitiv erhöht. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass das irgendwie das letzte Level ist. Ah! Rechts, oder was? Rechts, alles klar. Oh Gott. Und ich hab wieder die Lacks des Todes hier. Oh! Hey! Hallo! Hallo! Ja, es ist irgendwie immer, wenn ich meinen Rechner kurz gestartet habe. So, wo ist die? Oh, spannende Musik, ey. So. Wo ist die jetzt? Was macht die? Da ist die. Okay. Komm bitte nicht hier hin. Komm bitte nicht hier hin. So. Okay. Komm, lauf, lauf, lauf. Sehr schön. Yes! Ah, die haben auch wieder... Die haben auch wieder Catfaces, okay. Ah. Die haben auch wieder Catfaces hier, okay. Da ist der nächste. So. Ah! 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 Okay, okay. Ich bin hier nicht. Hau bitte ab. Hau bitte ab, mein Freund. Oh. Und? Ja, da ist er. Alles klar. Sehr schön. Okay, und? Da entdeckt mich wieder irgendwer fast. So. Genau. So muss man das machen. Und nicht wie eben. 81, was? 80. Hä? Hä? Hier drin irgendwo? Ah, warte mal. Moment mal. Ah, die Musik war eben ein bisschen laut, aber... Ah, hier hinter wahrscheinlich, ja. Frage jetzt jetzt, was ist hier? Ich save hier mal. Oh, spannende Musik, ey. Richtig spannende Musik hier gerade. Finde ich sehr geil. Geile Atmosphäre. Was ist denn hier? Wer ist hier? Oh mein Gott. Wer ist hier? Hä? Hier ist doch irgendwer gewesen. Äh. Hä? Hier hinter? Oder was? Wer ist hier? Hä? Oh Gott. Okay. Jetzt gehe ich wieder auf ihn zu. Hier ist niemand. Das ist wieder ein Bug. Okay, ich verstehe. Oder hier drunter, aber... Nee, glaube ich nicht. Nee. Nee, das ist ein Bug. Okay, dann. Ich habe mal wieder einen. Ah! Ah! Oh mein Gott. Ah! Scheiße. Boah, habe ich mich erschrocken. Penner. So. So, Kollege. Du bist gleich... Äh! Jetzt ist der wieder weg. Ah, nee, der ist... Nein, 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 nein. Okay, wenn der rauskommt, ist der tot. Da ist er. Die tippeln irgendwie so vor sich hin, okay. Nein, das ist ein anderer. Okay, der da hinten hat eine Leiche entdeckt, glaube ich. Aber hier war doch noch einer gewesen, oder? Ja, hier hinter wahrscheinlich. Oh, das Level ist extrem schwer hier. Muss ich ja sagen. So, der hat sein Schwert eingepackt. Und dann schaue ich mal, was hier noch so abgeht. Boah, das ist heftig gerade. Da ist ein Opa, okay. Okay, beruhigen. Alles gut. So, und lauf. Und zack, das war geil. Ja, ja. So, was ist hier? Hier ist kein Gegner. Hier ist kein Gegner. Nee, hier ist niemand. Das ist ein Bug. Hier gibt es also auch Bugs, okay. Was? Was? Ich bin nirgendwo. Äh, was? Wieder hier, oder? Wo ist der? Ist der wieder? Ah, da ist noch einer. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Und natürlich dreht er sich wieder genau dann rum, wenn ich hier kurz... Scheiße, da hab ich wieder gesehen. So, jetzt. Mein Gott! Wie könnte ich... Ah, shit. In Tankshoe 2 waren die so blöd und blieben dann da, weißt du? Aber jetzt... Jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt ist blöd, ey. In dem Teil hier... Oder ist der? Der rennt gegen den Pfosten, okay. Wenn der gegen den Pfosten läuft, dann geh ich von der anderen Seite rein. Und wehe, der dreht sich jetzt wieder rum auf einmal. Oder der ist einfach mal so weg. Das gibt's natürlich auch. Dann drehe ich mich um... Und dann ist der wieder da. Das ist doch ein... Das ist doch bescheuert, wirklich. Da ist er doch. Die drehen sich aber auch wirklich mal von Side to Side rum. Mann, nein! Ich wollte doch gar nicht so weit. Ich Idiot. Ich Idiot. Oh. Der ist da vorne. Was? Was macht der? Hey. So, da ist der. Was machst du, Kollege? Dreh dich bitte rum. Komm nicht hier hin, ey. Komm doch nicht hier hin. Was machst du denn? Ey. Was gehen die für Routen? Oh. Beruhig dich. Oh. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Diese... Diese... Diese Gegner hier, ne? Ich hätte... Ah, Mann! Ja, jetzt kille ich den so. Ist mir scheißegal. Jetzt kille ich den so. Jetzt... Dann hau halt ab. Dann hau halt ab. Dann geh sterben. Du gehst mir jetzt lang genug auf den Sack. Dann geh halt sterben. Dann geh halt sterben. Penner, ey. Nö. Also wenn die mich jetzt dreimal entdecken, dann kille ich die so. Es tut mir leid, aber... Viel länger muss man sich doch nicht nerven lassen davon reden, oder? Nö, der ist wieder... Nö, der ist wieder... Das ist wieder dieser Bug da. Okay. Da ist wieder irgendwo einer. Frage ist jetzt... Bin ich... Gehe ich hier schon zum Ziel? Frage ich mich. So. Da! Da sind zwei! Ich hab's gesehen. Da sind zwei. Da ist einer und da hinten ist noch einer. Okay. Alles klar. Dann... Yo. Ich glaub, das hier ist schon die Festung, ne? So. Zack. Zack. Genau. Ich werd mich mal heilen. Hier ist irgendwo noch der andere. Da. Da ist er. So. Okay, und los. Und... Zack. Seitenkill. Geil. Zack. Jawoll. So. Zack. Genau. So macht man das.